Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Pad Wars mit mir, dem Torben und mit der weiße Tobi. Hallo Tobi. Jetzt sag Hallo Alter, das ist voll uncool. Okay, Tobi will lustig sein, weil ich eben gesagt habe, er soll einmal schweigen. Wir spielen auf dem Web Streets Größe 4x2. Du musst das Schweigen noch aufheben. Ja, Schweigen ist aufgehoben. Okay. Sag Hallo. Okay. So, Tobi ist mit dabei. Streets 4x2 hatte ich schon gesagt. Z-Mitte-Crew ist natürlich auch gejoined. Wäre auch traurig, hätten wir mal ein Spiel, wo kein Mitte-Typ dabei wäre. Ich muss aber das Z davor betrachten, das macht das dann wieder cooler. Ja, ja, habe ich ja gesagt. Z-Mitte ist gejoined. Schon krass. Boah, ich war gerade richtig. Keine Ahnung, dass das Jump'n'Run irgendwie auf Dauer höher geht, also so in die Höhe. Ja, das sollte es auch tun. Ah, also kann man daran messen, wie weit man ist oder... Ja, äh, willst du mal in die Mitte? Ja, ich... Der Wildschiff steht hier drin. Das ist irgendwie nicht so quick. Break. Ja, irgendwie... Oh. Ich bin gestorben. Dein Ernst? Ja, hat nicht funktioniert. Ähm... Hier stirbt man auch schneller, ne? Ja. Ich entdeckte das gerade erst richtig. Ja, ich dachte halt nur dieses Zeitbonus, aber... Ja, das ist krass. Warte, lass mich... Ja. Oh. Äh, Tobi, welche bauen sich von außen zu uns, irgendwie? Uncool. Uncool. Ich kipp mich kurz. Mit einem... Und bauen mich ganz hoch. Wonderfully soft. Of gold. Und einer chestplate. Äh, sag mal, wie weit die sind. Walsch. Nur um unseren Battle upzubauen. Bin da. Ich sneak mal. Äh, Tobi, warum baust du das alles zu? Dann kommen wir ja gar nicht mehr zurück. Warum baust du das so weit zu? Das macht keinen Sinn. Können ja immer noch von hier rein. Du erkennst den Sinn nur noch nicht. Ne, das... Das tu ich wirklich nicht. Muss mir kurz, äh, Sachen holen. Ist er unten? Leil, er hat mich. Leil, der hatte noch richtig viele Leben. Aber er ist tot. Ja, wollen wir dann zu den gehen, oder was? Ja, hatte ich vor, aber ich will nicht von da oben, sondern von der Mitte zu den. Okay, dann geh doch von der Mitte. Bin ich behindert? Das wollte ich gar nicht. Ich wollte mich ganz normal bauen und bin gesprungen. Oh Mann, ey. Das war dumm. Das wollte ich... Das habe ich übrigens jeden Tag. Aber ich komme trotzdem... Ich komme... Ja, da ist schon einer wieder oben. Bei dir ist unten? Da ist oben. Ja. Dein Schwert. Und ich habe keins. Ist die dumme Situation. Okay, ich habe ihn. Die Mitte-Crew. Da kommt noch einer. Da kommt noch einer. Okay, ich hole mir eine Spitzhacke. Das ist das Einzige, was ich noch leisten kann. Ja. Ach, der gelbe. Ähm. Ist ja nicht cool. Hol dir auch eine Spitzhacke, ne? Der ist unten. Oh, der ist komplett raus. Der Dude. Oh, deswegen ganz so vorsichtig. That makes sense. So, ich baue mich jetzt oben. Wer hat denn vorsichtig gesagt? Ich. Glaube ich. Wenn das dann tut es mir leid. Zack. Jetzt ganz schnell hier ein bisschen Stuff holen. Und dann bin ich auch bereit. So, diesmal aber. Ich komme von der Mitte. Wenn du ein gutes Griff holen willst, ist das für neun Eisen. Naja. Ich verpeile das immer. Das will ich unbedingt mal machen. So ein Package holen habe ich noch nie gemacht. Hm, der hat irgendwas geklappt. Ich muss gegenseitig bleiben. Oh, wow. Das ist übrigens eine Mitte. Weißt du, sobald man die Eimer killt, direkt Rage crit. Oh, Tobi. Tobi. Verteidig unsere Base. Ich gehe zu grün. Der ist in der Mitte. Das habe ich gar nicht gecheckt. Ja, Mann. Und habe den auch noch mit vollem Equip und Gold und so. Einer rennt zu uns. Einer rennt zu uns. Geh zurück. Den holst du ja wohl, ne? Ich renne direkt zu denen. Boah, jetzt wird es quick, ey. Okay, er hat ein Eisenschwert. Ich glaube, ich sehe sicher Gold, oder? Tobi, gebt mir jetzt noch einen Ratschlag. Was soll ich tun? Äh, ist mir egal. Okay, ich hole Gold. So, ich hole so ein Bett. Hab ich doch gesagt, oder? Ne. Aber, äh, jetzt sind sie zu weit, dann. Und Zeit hole ich. Ähm, kommst du in die Mitte? Ja. Sehr schön. Ich gehe zurück. Hier, hier, hier. In der Mitte. Dicht noch was. Ja, scheiß drauf. Ich muss jetzt zurück. Schön, schön. Okay. Wir haben nur noch 28 Sekunden. Oh ja. Unser Bett ist ein bisschen zugebaut. Ja, ich versuche mich da durchzubauen, so schnell wie es geht. Einbauen habe ich. Ah, das geht so schnell mit der Spitzhacke. Okay, bin da. Oh, meine Zeit ist hier oben. Okay, ich hole direkt neue Zeit. Wir sind immer noch nicht vor denen. Weil, wenn wir die dann nachher nicht mehr in die Mitte lassen, dann können wir Quick-Bad-Wars mal richtig spielen, wie man Quick-Bad-Wars spielen kann, ey. Oh. Ja, wir haben weniger Zeit als die. Ja, eben, deswegen wollte ich ja jetzt gerade Zeit holen, deswegen bin ich in der Mitte. Kommst du schnell wieder in die Mitte? Ja. Dann nimm du die Zeit. Die liegt vor dem Team. Und das ganze Gold auch. Komm schnell, Tobi. Wo denn? Direkt hier an dem Weg von denen. Okay. Okay, weil die kommen zu zweit. Deswegen rennen jetzt schnell hier hin. Einer ist runtergefallen. Okay. Gott, der mit. Ja, aber der vollekrypte leider nicht. Tobi, ich brauche dich jetzt hier. Ich bin da. Du musst die Sachen aufheben. Öffne mein Loop. Schneller, schneller. Schneller. Du musst die Sachen aufheben. Oder du. Welche? Wo? Wo? Ja, hier, die hier überall liegen. Und sammle auch noch Zeit aus der Mitte. Er kommt. Er kommt von oben. Ich bin unten. Okay, das ist ja egal, ne? Renn weg, renn weg, renn weg. Du musst mal nur sagen, woher... Save die Zeit. Ja, der ist bei uns. Äh, der ist hier oben. Save die Zeit, schnell. Ist alles cool. Ich habe den. Nein, da geht es doch nicht. Okay, er rennt zu hoch. Wir sind doch rot, ne? Ja, ich push ein bisschen. Nee, nee. Was denn noch? Ja, okay. Dann spielen wir halt auf Quick Bad Rose. Oh, ich baue seinen Speed-Teppich ab. Das könnten wir uns eigentlich auch mal holen. Okay, 2 Minuten 30 zu 40 Sekunden. Das sollte ein, äh, kleiner Vorteil sein. Ich habe 37 Gold. Ich hole mir die auch schwächer. Ich hole mir auch eins. Nö, was ich ganz verdient. Und wie ich eins verdient habe? Mit den Stubinen, oder was? Okay, in 20 Sekunden ist deren Bett weg und die können nichts dran machen. Das war inkompetent von mir. Was ist das? Nein, Mistake. Na, alles cool. Ich lebe noch. Oh, er ist in der Mitte. Okay, deren Bett ist in 3 Sekunden weg. Beide sind hier. Beide sind hier. Hier, ich habe noch dein Diaschwert. Hier, komm her. Gib her. Okay, danke. Ich habe übrigens alles mitgenommen. Also unser Gold und so. Äh, ja, ist ja auch cool. Ist ja auch was Tolles. Tobi, ich gehe Zeit verlängern. Du musst kurz halten. Weil wir haben auch nur noch 1,5 Minuten. Und er ist tot. Oh, easy. Ich gehe Zeit verlängern. Warum habe ich jetzt gegessen? Weiß ich nicht. Habe ich aber gemacht. Okay, ist eine coole Story. GG. Ja, Quick Bad Wars macht zu zweit doch Spaß. Das ist ganz witzig. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch eine positive Bewertung da. Wir sind nämlich immer noch in Dublin. Also, was heißt immer noch? Wir sind gerade den zweiten Tag da. Den zweiten vollen Tag. Weil es ja am Dienstag kommt. Und deswegen, lasst eine positive Bewertung da, falls es euch gefallen hat. Wir müssen so schnell wie möglich hier noch weitere Aufnahmen machen. Ihr könnt natürlich auch gerne abonnieren, um nichts zu verpassen. Und an dieser Stelle bedanke ich mich dann, wie immer, fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen wieder. Haut rein und... Äh, tschüss. Ciao.